Ich meine, das war ein richtig heißes Rett. Oh ja, das war der Hammer. Hey! Wir wärmen uns auf für eine neue Risky-Nacht. Was geht, Kumpel? Alles gut? Okay. Yo, was geht ab, Mann? Was? Hey. Bock auf den Trim? Ich hab ne neue Strecke, Downtown. Nein, hat er nicht. Unser Junge ist jetzt Street-Drifter. Ist das wahr? Problem damit? Nee, ich such nur einen Mitfahrer, das ist alles. Aber wenn hier was läuft, ist das in Ordnung, Mann. Passt schon. Warte! Hey! Risky Devil stellt heute Nacht Ventura Bay auf den Kopf. Und wir werden dabei sein. Komm schon, Spike. Du kommst mit uns. Oder, Jungs? Yeah! Je mehr, desto besser, Kumpel. Komm schon. Ja, okay, wieso nicht? Jawohl! Mikey ist ein Trifter. Yeah! Alles klar? Yeah! Cheers, Leute!